Jo Leute, hier ist euer Lexo. Richtig. Ihr seht gleich mehr nach dem Intro. Richtig. Intro kommt jetzt. Jo Leute, hier ist euer Lexo. Ganz normal, da bin ich. Ja, ich bin hier am gucken, denn hier Kaufland. Es ist Shopping-Time wieder. So, ja. Heute leider kein Livestream, Leute. Tut mir leid. Leider viel heute zu tun. Erstmal Durst. Coke. Ah Leute, ey. Domschüler, ich grüße euch. Ja, jetzt werde ich mir mit meiner Familie ein paar Chicken McNuggets gönnen. In dieser geile Fritteuse. Was man da, ja. Heißt noch Fritteuse. Da hört er sich, Bip. Ja und morgen, morgen werde ich dann mal einen Einkauf in Angriff nehmen. Weil heute kam mein Kleinster vom Ausflug wieder zurück. Und den hat es etwas umgehauen. Und von der Seite habe ich heute leider, leider mal für euch keine Zeit. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ihr wisst. Oder ihr werdet es kennenlernen, wenn ihr Kinder habt. Kinder sind nun mal wichtig im Leben. Ja, was gibt es sonst Neues? Sonst nicht viel. Wie gesagt, ich blätter jetzt mal gerade so durch. Habt ihr schon was Schönes gesehen? Was ich mir vielleicht gönnen werde? Das ein oder andere. Ja, ansonsten, hm. Schönes Wetter haben wir jetzt langsam wieder. Erst wurde es heute Morgen kalt. Dann, naja. Endlich mal ein bisschen die Sonne. Es wurde wieder schön. Ja. Noch paar Wolken. Ja, den Mond. Den Mond, den Mond, den Mond, den kann ich euch jetzt gleich zeigen. Leute, guckt euch den mal an. Jo, Leute. Schaut euch mal die Wolken an. Sind die nicht geil? Hi. Herrliche Wolken. Ich finde Wolken absolut faszinierend. Jetzt Wolken frei. Ja, Leute. Der Mond. Weg ist er. Da oben ist er eigentlich. Gerade ist er weg. Wir gucken, ob wir ihn aber nochmal kriegen. Dann mach ich ihn drauf. Ja, schöne Wolken. Wieder Fulda. Ja, das kennt ihr aber schon, Fulda. Ah, da kommt er. Schaut euch den Mond an. Da. Wahnsinn. Hi. Fokussier. Du sollst. Jawohl. Ehrlich, das Bällchen. Man könnte eigentlich meinen, wir könnten da jetzt so, ja, hinfliegen. So einfach. Ja, Leute. Das ist der Mond heute. Leute, nachdem ich mir die feinen Nuggets gegönnt habe, will ich noch euch sagen, wie habt ihr das Bayern-Spiel gestern gefunden? Ronaldo, Totalausfall. Meines Erachtens. Schade für die Bayern habe. Wir haben ja noch ein Rückspiel, wo wir den Deutschen doch noch die Daumen drücken können. Ja, aber ansonsten, was gibt's Neues? Ich könnte mich irgendwie gerade ein bisschen aufregen, Leute. Wegen gehört denn eigentlich das Kaufland? Leute, guckt euch das mal. Das ist eine Frechheit. Guckt euch mal, was das kostet. Wisst ihr? Oder hier? Diese Zahl? Leute, dann dreht mal um. Was hat man hier? 1,88. 1,88. Wo du hinguckst? 1,88. Bei Ariel wurde ein Aufstand gemacht. Und die Geschäfte dürfen die Preise mit 1,88 machen. Also irgendwie, hmmm, verdächtig, verdächtig. Wen gehört das Kaufland? Leute, schreibt es mir doch in die Kommentare da unten. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ey, mir eigentlich egal. Ich habe euch alle lieb da draußen. Das ist nun mal Fakt. Ich werde mich jetzt so langsam ins Feierabend machen. Morgen früh klingelt bei Zeit der Wecker. Ja, morgen sehen, dass wir uns dann wieder live sehen, Leute. In dem Sinne, haut rein hier. Euer Lexer. Macht's gut. Hab euch lieb. Ciao. Euer Lexer.